Also das ist überhaupt wirklich nur was für die Feinspitze. Kann ich auch was sagen? Bitte, weil du ja sonst nie zu Wort kommst. Ach so stimmt. Bitte. Da ist die richtige Kamera, genau. Perfekt. Ich finde es gut, dass du mich so behandelst, wie ich es verdiene. Cool. Wenn der seine Karten nicht hätte. Wie du jetzt ohne deine Zettel überlegen kannst. Ich hab noch nie welche gehabt. Ja, ja, ja. Macht's euch nur lustig. Macht's euch nur lustig, ja. Wir bräuchten glaube ich das Schlagzeug noch. Bitte, bitte. Mach noch einmal was. Wir können das alles wiederholen. Danke. Bitte? Das war jetzt gleichzeitig. Ich hab jetzt drauf gewartet. Das war gut. In der 93. Minute oder was hat es dann viele Fans gegeben. Man muss jetzt ein bisschen Berlinerisch sprechen. Reden die so oder wie? Oder was? Wenn ich dort bin schon. Ich nehm dir den Pass. Jetzt sind wir einfach weg. Das nächste muss ich noch mit meiner Huppe, ja? Na bitte nicht.